Die Menschen wollen alle süße, junge Hunde. Schlechte Karten für Taliska, Coffee oder Robby. Wir haben es hier mit Hunden zu tun, die sehr speziell sind. Für diese Hunde findest du niemanden. Wirklich niemanden? Es ist für Hunde eine Katastrophe, in einem Tierheim zu leben. Martin Rütter gibt Tierheimhunden eine zweite Chance. Hier gibt es ein Problem, aber es ist alles rüssbar. Die Unvermittelbaren. Sonntag, 17.30 Uhr. Sonntag, 17.30 Uhr.